Hallo da draußen und willkommen zu meinem Update für den Booktubathon der Tage 3, 4 und 5. Wir haben es jetzt Freitagnacht. Eben ganz kurz vorweg, ich hatte ja schon angekündigt, dass es für Tag 3, also Mittwoch, kein Update geben würde. Ich habe tatsächlich Dienstagabend dann noch 82 Seiten von Internet of the Blue geschafft zu lesen. Eigentlich eher Dienstagnacht, dann auf sehr früh Mittwochmorgen. Mittwoch habe ich tatsächlich nichts geschafft und dann, also Tag 3 und dann gestern, Donnerstag, Tag 4. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch war, bei uns hier oben im Norden war es extrem wechselhaft. Wir hatten erst große Hitze und dann monsoonartige Regenschauer, weshalb ich solche Kopfschmerzen hatte, dass ich über den ganzen Tag verteilt gerade mal 200 Seiten geschafft habe zu lesen. Dafür fand ich es nicht wirklich lohnenswert, euch ein Update zu machen. Heute, am Freitag, war ich halt fast den ganzen Tag unterwegs und habe dann aber heute Abend endlich The Into the Still Blue zu Ende gelesen, beziehungsweise ich habe es jetzt gerade zu Ende gelesen. Und oh mein Gott, dieses Buch, ach, ich hatte so viele Feels. I have the feels, man, I have the feels. Weil ich glaube, ich habe die Hälfte des Buches, da habe ich dann immer nur so geschockt. Und dann, oh mein Gott, oh mein Gott, oh nein, das können die niemanden, oh mein Gott. Ja, mein Freund hat sich dann ins Nebenzimmer verkrochen, Computerspiele gespielt. Da konnte ich das irgendwann nicht mehr ansehen. Also auf jeden Fall, das ist richtig gut. Ich werde euch auch noch eine reine Rezension abdrehen. Ich weiß nur noch nicht genau wann, weil jetzt sind ja erstmal noch zwei Tage. Also ich habe ja noch quasi heute, jetzt ist mittlerweile schon Samstagmorgen quasi, auch den ganzen Samstag und noch den ganzen Sonntag. Ich hoffe mal, dass ich noch ganz gut vorankomme. Das habe ich auf jeden Fall schon fertig. Und dann habe ich Mitosis angefangen. Das ist ja quasi der Zwischenband zwischen Steelheart und Firefight in der Reckoners-Reihe von Brandon Sanderson. Und ich bin jetzt auf Seite 25, was bedeutet, dass ich genau halb durch bin. Das sieht nicht so aus, was aber schlicht und ergreifend daran liegt, dass die letzten 25 Seiten in diesem Buch sind eine Preview zu Firefight, die ich nicht lesen werde. Einfach, weil ich Firefight lesen will. Und hier ist quasi schon das erste Kapitel drin. Und wenn ich das jetzt anfange, dann lese ich nicht die restlichen Bücher für den Booktuber von, sondern dann lese ich jetzt Firefight. Und das will ich ja eigentlich nicht. Also auf jeden Fall, das werde ich wahrscheinlich jetzt vom Schlafen gehen gleich noch zu Ende lesen, den restlichen 25 oder 26 Seiten. Ich glaube, es sind 51 Seiten, also 26 Seiten. Dann ist das auch erledigt. Und damit hätte ich dann die Aufgabe 7. Lies 7 Bücher. Das wäre quasi mein Buch für das siebte Buch gewesen. Und Aufgabe 6. Lies ein Buch, das du wirklich, wirklich lesen willst, erledigt. Ich hätte dann noch zwei Aufgaben über. Und zwar zum einen Aufgabe 2. Lies ein Buch, dessen wurde Nachname des Autors mit dem gleichen Buchstaben beginnt wie dein Nachname, was ja bei mir der Seelenbrecher von Sebastian Fitzek sein wird. Das wird mein letztes Buch. Einfach weil ich gerade auch echt nicht so in der Stimmung für Thriller bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich merke das immer mehr, je weiter ich in diesen Booktubers von reinkomme. Weshalb das halt auch mein letztes Buch ist, weil ich glaube, ich bin okay damit, wenn ich das tatsächlich nicht schaffe. Was ich mir jetzt für heute vorgenommen habe, ist von Andy Weill, The Martian, womit ich ja Aufgabe, was ist es, Aufgabe 3 erledige. Lies das Lieblingsbuch von jemand anderem, da das das Lieblingsbuch von meinem Verlobten ist. Und ja, wenn ich die beiden Bücher noch schaffen würde, das wären nochmal 720 Seiten, die ich insgesamt lesen müsste. in den nächsten 48 Stunden, nicht ganz, aber circa. Ich bin halt nicht sicher, ob das klappt. Also ich habe mich am Anfang des Booktubers von ja echt gut geschlagen, aber dadurch, dass jetzt einfach zwei Tage quasi komplett rausgefahren sind, weil ich habe an zwei Tagen insgesamt nur 280 Seiten gelesen, halt Mittwoch und Donnerstag. Das ist nicht sehr viel. Ja, das hat mich halt einfach zurückgeworfen. Aber gut, das ist so der Stand bei mir. Ich bin nichtsdestotrotz eigentlich ganz zufrieden, weil ich habe dann jetzt schon für den Booktubers von fünf Bücher gelesen. Wir haben quasi wirklich erst den 8. August. Das heißt, wenn ich auch nur halbwegs dieses Tempo durchhalten kann für August, wo ich ja auch noch eine Woche frei habe und auch nicht hinter arbeiten muss, könnte das ganz gut werden. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, mein Rekordlesemol aus dem letzten Jahr zu schlagen. Ich glaube, da hatte ich elf Bücher gelesen. Und es sieht auch tatsächlich so aus, als könnte ich diesen Monat nämlich dann auch schon meine eine Goodreads Challenge beenden, für die ich mir vorgenommen hatte, 40 Bücher und 40 Manga zu lesen. Momentan ist es so, dass ich, glaube ich, mit diesen beiden hier Büchern wäre ich, glaube ich, bei 36 Büchern schon oder 37 Büchern, weiß ich nicht genau. Ich blende euch das hier oben ein, wie viele Bücher ich schon habe. Und ich glaube, ich bin bei 31 Manga. Auch das blende ich euch hier eben ein. Und das hätte ich mit dem Readathon dann fast schon fertig. Dann hätte ich das für diesen Monat auch erledigt. Und dann wäre quasi das Ziel, die nächste Goodreads Challenge in Angriff zu nehmen, was jetzt ließ 50 Bücher. Also ich habe mir dann quasi nochmal eine Challenge gesetzt, für die ich 10 Bücher mehr lesen wollte. Und ja, ich denke, das sollte zu schaffen sein. So, aber genug von mir. Wie läuft es bei euch? Wie ist euer Booktuber-Fun? Kommt ihr gut voran? Oder läuft es so? Näh, ne? Hattet ihr vielleicht die letzten paar Tage auch so ein bisschen Schwierigkeiten, wie ich? Ich kann ja ganz verschiedene Gründe haben. Lasst mich das gerne unten wissen, kommentiert. Und heute Abend, also Freitagabend, gibt es wieder ganz regulären Update-Video. Dann werden wir mal sehen, wie weit ich mit, also, was heißt Freitagabend? Äh, Samstagabend. Entschuldigung, Samstagabend. Werden wir mal gucken, wie weit ich mit dem Martian gekommen bin. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr haltet alle gut durch und kommt gut voran im Booktuber-Fun. Und ich sehe euch dann zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao.